Die ukrainische Defensive war bisher außerordentlich erfolgreich und hat die russischen Streitkräfte im Nordosten völlig aus dem Gleichgewicht und im Südwesten zunehmend unter Druck gebracht. Die Ukrainer könnten also weiter von Kharkiv in den Donbass vordringen und weitere russische Stellungen umschließen. Die Russen wurden mit dem Rücken zum Fluss Oskel besiegt. Wenn die Offensive weitergeht ist nicht klar ob die Russen ihre Front neu formieren und versuchen werden die Offensive von dort aus zu stoppen. Aber Russland kontrolliert immer noch fast 20% des ukrainischen Territoriums und man sollte sich nicht von diesen Erfolgen blenden lassen. Eines ist klar, Präsident Putin wird ungeachtet dieser Rückschläge nicht aufgeben und Russland ist ein großes Land mit vielen Ressourcen die es langfristig einzusetzen gibt. Dennoch kontrollieren die Ukraine jetzt die Schlüsselstraße zwischen Svatove und Kremina und es scheint als ob sie versuchen könnten die Russen von Norden her in Seferodonezk einzukesseln. Dann hätten die Russen ein Problem. Wenn die Russen nicht um Seferodonezk kämpfen können oder wollen, dann ist ihre nächste plausible Verteidigungslinie wahrscheinlich eine Art großer Bogen weiter im Osten. Die Russen können ihre Stellungen nicht so schnell verstärken. Irgendwo müssen sie sich eingraben und auf den Winter warten. Die Russen sind mit einer Streitmacht von 190.000 einmarschiert. Eine völlig unzureichende Zahl um eine Nation von 44 Millionen Menschen innerhalb der zweitgrößten Landfläche Europas zu erobern. Und das mit einer Friedensarmee von nur 280.000 Mann. Und einer inneren Sicherheitstruppe von Russquardia, 400.000 Mann. Aber Russland hatte Reservekräfte von 2 Millionen Menschen, die in den letzten 5 Jahren irgendwo beim Militär gedient haben. Und natürlich haben sie die Möglichkeit die Zahl der dienstauglichen Männer bei einer Bevölkerung von 144 Millionen erheblich zu erhöhen. Die derzeitige Angst im russischen Staatsfernsehen vor der Frage, ob das Land nun für einen umfassenden Krieg gegen die Ukraine mobilisiert werden sollte, könnte in Wirklichkeit ein Versuch des Kremls sein, die russische Öffentlichkeit auf große Opfer im nächsten Jahr vorzubereiten. Und Präsident Putin kann diese Idee nur rechtfertigen, indem er behauptet, dass Russland jetzt einen Krieg um sein eigenes Überleben gegen den Rest Europas führt.